Leute, was geht zu einem neuen Video? Was geht zu einem neuen Video? Ich bin wieder hier wieder zurück in Mellhausen. Und Leute, wir haben freuliche Nachrichten. Zwei freuliche Nachrichten sogar. Und eine schlechte Nachricht. Zuerst die schlechte. Ich hatte heute eine Schularbeit. Mir ist so naja gegangen. Abrundermüdelriss. Und die erste gute Nachricht ist, wir sind kurz vor den 3K-Abonnenten, Leute. Und ich weiß immer noch nicht, was ich auf Special machen soll. Deswegen schreibt in die Kommentare, was wir auf 3K-Special machen sollen. Denn ich lese mir immer alle Kommentare durch. Auch wenn ich nicht immer jedem ein Herz gebe, ich lese mir immer alle durch. Weil ich bin ein Irr. Oh Leute, das war auf jeden Fall schon die erste kurze Nachricht. Jetzt kommen wir zur zweiten. Ne Leute, hier bla 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 und dann... Ja Leute, ihr habt richtig gesehen, es schneit einfach dorthin. Juhu! Das ist natürlich mega cool und da ich heute eh nicht so viel vorhabe in diesem Video eigentlich. Leute, ich habe jetzt gerade Kurven bekommen. Als Testprobe kann man machen, kann man machen. Hm? Ne? Gut. Na ja, was ich sagen wollte. Da ich heute sowieso nicht sowas heftiges geplant habe, ist es ziemlich geil, dass es schneit. Denn dann können wir rausgehen, irgendwas mit dem Schnee machen. Let's go! Let's go! Ich bin jetzt tatsächlich draußen, Leute. Und es schneit so heftig. Weiße Mehlnacht, Leute, weiße Mehlnacht. Deswegen chillen wir uns jetzt erstmal auf diese Bank hier hin, Leute. Ganz entspannt. Was ziemlich cool ist. Ich habe hier Schnee, Leute. Das, was ich euch erzählen wollte, es gibt Schnee. Wir werden ja nicht mehligs, wenn wir irgendwas Cooles mit dem Schnee machen, Leute. Deswegen mache ich einfach da eine Rolle hinunter, weil Lutzig und so. War gar nicht die beste Idee. Aber wenn wir schon hier sind, Leute, bauen wir jetzt den heftigsten Schneemann, den ihr je gesehen habt. Das ist mein Schneemann. Habe ich bis jetzt geschafft. Und na ja. Also, es ist jetzt endlich Schnee. Vielleicht machen wir mal einen roten Vlog oder einen Skifahrenvlog. Oder irgendwie sowas, wenn ihr dieses Schneewunderland hier cool findet. Das Video heute ist eigentlich komplett zinnlos, aber es gibt Schnee, Leute. Also lasst einfach einmal ein Like für den Schnee da. Kokain. Überall Kokain. Dieses Echo war unnormal. Oder hört man das? Ich habe das Lachen immer lauter gestellt. Ich hoffe, man hört das im Video. Und ich hoffe, die Leute da ganz hinten finden das nicht komisch. Und Leute, damit wir jetzt noch was Cooles hier reinbringen in das geile Video hier. Kleine Wintermontage, Weihnachtsmontage. Eine Winter-Weihnachtsschnee-Montage. Let's go. The most famous reindeer of all. Charles. Rudolph the Red-Nosed Reindeer Had a very shiny nose And if you ever saw You would even say it glows All of the other reindeer Used to laugh and call him names They never left for Rudolph So Leute, ich hoffe, die Montage hat euch gefallen. Ich gehe jetzt auf jeden Fall nach drinnen, weil mir viel zu kalt ist und bis gleich. So Leute, hier sind wir wieder drinnen und die Kamera spielt hier. Mann, was soll denn das? Dann seid auf jeden Fall beim Streamen dabei. Habt eine schöne Weihnacht, habt noch schönen Advent, Leute. Und dann haben wir ehrlich gesagt. Ciao Leute, ich bin besogen. Ciao Leute, ich bin besogen. Untertitelung des ZDF, 2020